So, zum nächsten Speaker. Er ist ein Security Researcher, also ein Forscher in dem Bereich Security, Thomas Roth. Er wurde von Forbes schon vorgeschlagen oder nominiert für den 30 under 30 Preis und im Bereich Technologie. Er hat andere Preise gewonnen, hat auch schon sehr viele Sicherheitslücken gefunden und öffentlich gemacht und insbesondere im Bereich Nintendo oder für Nintendo. Und ja, der Talk wird sehr unterhaltsam, insbesondere dieses Intro. Ihr werdet es mögen. Oh, damn it. Hier steht, Entschuldigung, Hacker, aber unser Kongress ist nach Hamburg umgezogen. Nach unten geht es zum Späti. Für Nicht-Berliner, das ist ein Kiosk. Entschuldigung, Hacker, aber unser Kongress ist nach Leipzig gezogen. Was für ein Trip. Willkommen zum Vortrag über das Hacker, des neuen Nintendo Game & Watch. Und ich bin, also ich bin Thomas Roth und ich bin Sicherheitsforscher und ihr findet mich unter Staxmashing auf YouTube. Und das ist jetzt der 35. Geburtstag von Mario, unser Lieblings- Plotter. Und deswegen hat Nintendo diese Neuauflage des Super Mario Bros. herausgebracht. Es kommt mit Spielen und dieser animierten Uhr. Es kommt geliefert mit Super Mario Bros. 1 und 2 und einer neuen Interpretation des alten Game & Watch Spiels. Boah, das ist jetzt natürlich nicht die erste Retro-Konsole, die Nintendo herausgebracht hat. 2016 haben sie die NES Classic herausgebracht und später noch den SNES Classic. Und das war jetzt bei Homebrew-Leuten sehr beliebt, weil es sehr einfach war, hier zusätzliche ROMs draufzuladen. Man konnte die Firmware leicht verändern. Und man kann die im Grunde einfach in den Computer einstecken, eine eigene Software installieren und dann machen, was immer man möchte. Der Grund ist, dass sie intern auf Linux aufbauen und einen ziemlich starken ARM-Prozessor haben. Und daher ist es ein sehr nettes Gerät, um damit herumzuspielen. Als Nintendo jetzt diese neue Konsole vorgestellt hat oder angekündigt hat, haben viele Leute Hoffnung gehabt, dass es ein ähnlich schönes Gerät für die Homebrew-Community wird. Und als meine größten Interessen möchte ich es mal kurz nennen, Reverse Engineering, Hardware Hacking und Retro-Computing. Und dieses neue Gerät passt genau in die Mitte, da wo alle drei überlappen. Und als es für den 3. September angekündigt wurde, wusste ich sofort, ich brauche eins davon. Und während, obwohl die anderen beiden eine Weile verfügbar waren, habe ich es gleich auf mehreren Seiten vorbestellt und einige davon wurden auch schon gecancelt. Ich hatte drei Vorbestellungen und daher war ich optimistisch. Als ich am 12. November frühstückte, hat DHL schon einen Tag vor dem offiziellen Release an mich geliefert. Es gab zu der Zeit natürlich keine technischen Informationen über das Gerät. Wenn man also auf Twitter nach Game & Watch sucht, findet man eigentlich nur die Ankündigungen und vielleicht ein Bild von jemand, der es auch schon erhalten hat, und aber keine Bilder des Inneren und noch hatte es auch niemand gehackt. Und als Hardware Hacker hat es mir diese einzigartige Gelegenheit gegeben, eine der ersten zu sein, die diese neue Konsole hackt. Also habe ich alles andere liegen lassen und angefangen, mir dieses Gerät genauer anzuschauen. Jetzt sollte ich natürlich sagen, dass ich normalerweise weit weg bleibe von Hacking neuer Konsolen, hauptsächlich wegen Piraterie. Ich möchte Piraten nicht helfen, ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, ich möchte keine Geräte, keine Tools, keine Werkzeuge bauen, die anderen Leuten beim Spielpiraterie helfen. Aber nachdem hier keine Spiele für verkauft werden und alle Spiele gute 30 Jahre alt sind, hatte ich eigentlich keine Sorge, dass es hier ein Problem mit Piraterie geben wird. Ich fühle mich ziemlich sicher darin, Werkzeuge dafür weiterzugeben. Und dieses Ding auf meine Bedürfnisse zuzuschneiden, sollte keine Probleme nach sich ziehen. Und ja, ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr das selber zu Hause mit sehr einfacher Hardware nachmachen könnt und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Also fangen wir damit an, uns das Gerät mal genauer direkt anzugucken. Wie ihr wisst, ist es ziemlich leicht und hat ein schönes Gehäuse. Also für mich ist es ein schönes 3x20x42 LCD-Display, ein D-Pad, AMP-Knöpfe und drei Knöpfe oben zwischen den Spielen, um es zu drücken zu wechseln. Auf der rechten Seite ist ein Anstaltkampfer und ein USB-C-Port. Wenn ihr euch jetzt schon über den USB-C-Port freut, nein, da kann ich euch erzählen, dass die Datenleitungen von dem Mod nicht angeschlossen sind. Also kann man es nur zum Stromzufuhr nutzen. Außerdem, da wir natürlich über Nintendo reden, haben sie ihre eigenen 3x-Schrauben. Um die aufzumachen, muss man also einen speziellen Schraubenzieher haben. Zum Glück haben aber eigentlich alle Hardware-Hacker einen. Aber es wäre sicherlich doof, wenn man einen gekauft hat und man kann ihn nicht aufmachen, weil man den Schraubenzieher nicht hat. Wenn man es also aufmacht, das Erste, was man sieht, ist das Layout. Wenn ihr schon mal einen Joy-Con aufgemacht habt, dann habt ihr ihn vielleicht schon mal gesehen. Das ist genau der gleiche wie in den Joy-Cons. Das ist praktisch. Das heißt, wenn man später die Batterie kauft, dann kann man einfach sich eine Joy-Con-Batterie kaufen und die man sich dann sehr günstig besorgen kann und dann hier reinpacken kann. Die Batterie auf der rechten Seite ist ein kleiner Lautsprecher, der ist nicht ziemlich gut. Aber darunter befindet sich das Hauptbord mit dem Speicher und dem CPU. Gucken wir uns die Batterie genauer an. Der Hauptprozessor des Geräts ist ein STM32H7WU. Wie ich so, ist ein Cortex-M7 von STMicro-Religionics mit 1,3 MHz Speicher und 128 MHz Flash. Er hat 180 MHz und der ist ziemlich stark. Aber er ist viel, viel schwächer als die Prozessoren. Der NES, also das ist wirklich nur ein Microcontroller, also der kann keinen Linux abspielen, der kann keine besonders komplizierte Software abspielen. Der wird eigentlich nur programmiert mit einer ziemlich direkten Metallnaht. Rechts davon findet ihr einen 1MB-Speicher von SPI. Das heißt also, wir haben ungefähr 1,1 MHz Speicher. Eigentlich haben alle Microcontroller einen Debug-Port. Aber wenn du uns das jetzt genauer anguckst, hier unten links sind fünf unbestückte Kontakte. Wenn wir uns unbestückte Kommentare oder Ports angucken, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das Debug-Ports sind. Und zum Glück sagt der Datensheet für die STM32, der ist offen. Das heißt, wir können uns die Pinouts vom Datenblatt angucken und dann mit einem Multimeter angucken, ob das tatsächlich die Debug-Ports sind. Und das ist tatsächlich so. Also wir können tatsächlich hier die ganzen Ports hier direkt drin finden. Das bedeutet also, wir können Debug-Port wie zum Beispiel einen G-Link oder einen ST-Link nutzen, um uns mit dem Gerät zu verbinden. Und da die Kontakte relativ leicht zu dürfen, müssen wir eigentlich nichts löten. Das heißt, wir können hier einfach Test-Pins dran klemmen und die erlauben uns dann ganz einfach, hier Debug-Port zu starten. Das Problem bei den meisten Geräten ist, ist Debug-Interface beim Herstellungsprozess geschlossen. Das ist eben dazu gedacht, damit Leute wie wir eben nicht da am Debug kommen, um uns dann hindert, Graph-Ware runterzuladen, zu reflashen und so weiter. Genau. Deswegen war ich sehr neugierig, ob wir tatsächlich hier zum Debug-Port anhängen können. Und wenn ich J-Lex stets mal startete, sagen wir, es konnte tatsächlich sich mit der CPU verbinden. Aber wenn man genauer guckt, da kommt auch eine Nachricht, dass das Gerät mit Active Read Protection ausliefert wurde. Das ist interessant, weil der Chip, der STM32 etwas enthält, das nennt sich IBP Readout Protection, also Laserschutz. Das ist im Grunde die Sicherheits-Setting für das Debug-Interface und es hat drei Level. Level 0 bedeutet, es ist kein Schutz aktiviert. Level 1 bedeutet, es ist der Flash-Speicher und wir können also sozusagen nichts herunterladen vom Flash-Speicher, aber wir können die Inhalte vom Rahmen verlegen, wir können dort auch Code laden und Level 2, das bedeutet, dass alle Debug-Funktionen sind deaktiviert. Nur weil ein Chip-Level 2 ist, heißt das noch nicht, dass wir jetzt aufgeben müssen. Wenn wir uns Wallet.fail aufgemacht haben, als wir konnten natürlich sehen, obwohl Level 2-Production aktiviert war, aber am Ende, wir konnten dort uns eskalieren auf Level 1. Bei Main Watch scheint es nicht zu gehen. Das Interface ist total deaktiviert. Wir können trotzdem den RAM dampen, was ein guter Einstiegspunkt, obwohl wir natürlich nicht die Firmware direkt uns holen können. Ich war sehr neugierig zu sehen, was dort kommt, als ich mir den RAM anguckt und eins der Möglichkeiten war, vielleicht ist der Emulator, der dort läuft, vielleicht die ursprünglichen Super Mario-Daten in den RAM lädt. Vielleicht finden wir einen ROM tatsächlich da in dem RAM. Also hatte ich mir die ROM-Dumper angeguckt in einem Hex-Editor und ich habe mir auch den ROM dann im ursprünglichen ROM anguckt, in einem zweiten Hex-Editor-Fenster und um Teile von dem Original-ROM in den RAM anzunehmen zu finden. Ja, und tatsächlich war das so. Der NES-ROM wird tatsächlich in den RAM geladen. Und es ist immer die Gleichheit der Reste, das heißt, wahrscheinlich ist es einfach eine Eins-zu-Gangs-Kopie. Oder was Ähnliches. Das ist natürlich gut zu wissen, denn das bedeutet für uns, dass es vor ein paar Sachen wurden. Erstens, der Debug-Prob ist aktiviert, aber leider nur Level 1. Das heißt, wir können wieder den RAM runterladen. Wir wissen auch, dass der NES-ROM in den RAM geladen wird. Das heißt, das System läuft einen richtigen Emulator. Und das bedeutet, dass wir eventuell auch den RAM einfach ersetzen können. Und dann können wir etwas Eigenes drauf packen. Dann wurde es Zeit, den Flash-Chip des Speichers runterzuladen. Dafür habe ich ein Gerät namens Mini-Pro benutzt, das ein SAC-8-Clip genutzt hat. Und den kann man einfach auf den Flash-Chip packen und dann den runterladen. Eine Warnung, aber der läuft auf 1,8 Watt. Das heißt, es ist wichtig, dass der, Entschuldigung, 1,8 Volt auch läuft. Wenn man das mit einer anderen Volt zahlen würde, dann geht er kaputt und mir ist das schon mal passiert. Achtung, das solltet ihr den Mach mal nicht machen. Mit dem Flash-Chip können wir tatsächlich anfangen, uns das genauer anzugucken. Das Erste, was ich gerne tue, ist die Entropie, also die Zufälligkeit. Mal gucken, wo habe ich mir das mit dem Binwalk, mit dem E-Black-Chip geguckt? Und dann können wir die Entropie vorwanderung gucken. Wir haben eine sehr, sehr hohe Entropie über die fast gesamte Speicherinhalt. Und das wird fast immer, dass das Ganze verschlüsselt ist. Es kann auch Komprimierung sein, aber da sieht man vielleicht so kleine Dips in der Entropie. Und das ist hier jetzt aber nicht der Fall. Aber es ist einfach nur ein sehr, sehr hoher Wert. Auch außerdem sehen wir, dass hier keine Wiederholungen sind. Das bedeutet uns eigentlich, dass es wahrscheinlich nicht einfach nur eine Ex-Verschlüsselung ist, sondern irgendetwas wie AIS oder irgendwas Ähnliches ist. Aber nur weil er verschlüsselt ist, heißt es nicht, dass wir ihn mit aufgeben müssen. Ganz im Gegenteil. Also im Gegenteil, das heißt nur, es ist eine Herausforderung. Es ist nicht einfach nur einstecken und los. Und jetzt die Frage ist, ist dieser Flash-Speicher verifiziert? Also startet das Gerät, auch wenn der Flash verändert wurde? Wenn ja, haben wir nämlich eine Menge Möglichkeiten, wie wir hier weiter vorgehen können. Um das zu überprüfen, habe ich eigentlich einfach nur Nullen in zufällige Stellen in eine Flash gepackt. Und dann habe ich überprüft, ob das Gerät immer noch startet. Und mit den meisten Veränderungen würde es immer noch, oder startete es immer noch ohne Probleme. Das heißt, es wird hier nicht überprüft. Es gibt keine Prüf-Summe oder irgendetwas. Das heißt, wir können das Gerät dazu überreden, veränderte Speicherstände zu laden. Meine nächste Vermutung war, dass das NES-ROM vielleicht sogar vom externen Flash geladen wird. Und um das zu überprüfen, habe ich wieder den Flash genommen und Nullen in verschiedenen Positionen eingefügt, das reingeladen, das Spiel geladen, den RAM wieder ausgelesen und das dann verglichen mit dem, das ich ursprünglich ausgelesen hatte und überprüft und verglichen, ob das das Gleiche ist. Meine Theorie war nämlich, dass wenn man manche Bytes überschreiben kann, dann müsste ich das hier in der NES-ROM sehen, dass da diese Veränderung passiert ist. Und nach einer halben Stunde etwa hatte ich Glück. Ich habe vier Bytes im Flash verändert und vier Bytes waren dann auch im ROM, das ich auslesen konnte, verändert. Und das ist großartig, denn das heißt, dass die ROM vom Flash in den RAM geladen wird und nicht verifiziert werden. Was auch wichtig ist, ist, wenn wir vier Bytes ändern und dann vier Bytes verändert sind, dann sagt uns das einiges. Wenn wir nämlich uns anschauen, was passieren könnte, wenn wir vier Bytes ändern, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Hier links haben wir den Flash und rechts haben wir den RAM. Und der RAM ist quasi die entschlüsselte Version des Flash-Speichers. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese blau markierten Bytes zu Nullen ändern, was würden wir vermuten, wie sich der RAM verändert? Wenn wir jetzt sehen, dass diese 16 Bytes verändert sind, dann haben wir wahrscheinlich einen Algorithmus wie AES in ECB-Modus. Also wenn wir hier vier Byte im Input ändern, dann wird sich die Buckel, also dann wird sich einfach eine festgelegte Anzahl an Output Bytes ändern. Wenn wir jetzt vier im SPI ändern und alles, was danach kommt, ist geändert im RAM, dann haben wir irgendeine Chaining-Cypher, also eine verkettete Verschlüsselung. Wenn wir aber vier im SPI ändern und nur vier sind im RAM geändert, dann haben wir eine Verschlüsselung, die wahrscheinlich AES im Counter-Mode ist. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie genau das funktioniert. AES-CTR funktioniert, vereinfacht gesagt, dass man den Klartext und den Verschlüsselungs-Stream, der aus einem Schlüssel, einem NONS, also einer Einwegzahl, besteht, und die beiden werden mit XOR verbunden. Und hier ist es sehr wichtig, dass, wenn man AES-CTR benutzt, man wirklich eine neue NONS-Zahl für jede Verschlüsselung benutzt. Wenn man ähnliche Daten mit der gleichen NONS verschlüsselt, werden große Teile des verschlüsselten Textes gleich sein. Also das wird ver-x-ort und dadurch kriegt man den verschlüsselten Text. Wenn wir den Klartext kennen, was wir tun, weil das der RAM-Inhalt ist, den wir reingeladen haben, und wir kennen den verschlüsselten Text, den wir kennen, weil das ja der Inhalt des Flashs ist, den wir gerade ausgelesen haben, dann können wir die, die Operation umdrehen. Und als Ergebnis bekommen wir den ARS-CTR-Stream, der verwendet wurde, um unsere Daten zu verschüsseln. Und dann können wir jetzt unsere Custom-ROM nehmen, das mit XOR, also diese Operation selber durchführen, und damit unser eigenes verschlüsseltes Image erzeugen. Und ich habe jetzt einfach ein paar Python-Skripte geschrieben, um das auszuprobieren, und nach einer Weile hatte ich eine gehackte Version von Super Mario Bros. anstatt der Original-Version. Also, yeah! Wir haben dieses Gerät gehackt, einen Tag bevor es veröffentlicht wurde, und wir konnten eigene ROMs installieren. Ihr könnt die Skripte, die ich verwendet habe, auf meinem GitHub finden, und ich war sehr, sehr erfreut und aufgeregt, weil es hieß, dass ich wirklich dieses Gerät einen Tag vor dem Release gehackt hatte. Leider war Toad nicht so aufgeregt wie ich, nicht so begeistert. Er hat mir erzählt, dass die Firmware in einem anderen Schloss ist. Dann habe ich mich mit Konrad Beckmann zusammengeschlossen, einen Hacker aus Schweden. Und wir haben nun angefangen zu reden, haben ein paar Ideen hin und her geworfen, und schließlich haben wir bemerkt, dass das Gerät einen ITCM-RAM hat. Und das ist ein RAM, der eigentlich für sehr leistungsfähige Geräte wie Interrupt-Handlers oder Routinen wie Interrupt-Handlers verwendet wird. Und wir haben uns diesen RAM niemals angeschaut, bisher. Dann haben wir den also ausgelesen über den Debugging-Port, und es stellt sich heraus, dass hier Code drin ist für den ARM-Prozessor. Und die Frage ist jetzt, woher kommt dieser Code? Kommt der vielleicht genauso vom SPI? Er ist vom Flash. Und ich habe jetzt im Endeffekt die gleichen Schritte nochmal durchgeführt, und ich habe einfach nur Nullen ganz an den Anfang des Flash-Speichers gepackt, das Gerät neu gestartet und den ITCM-RAM ausgelesen. Und ich hatte Glück, gleich beim allerersten Versuch hat sich der ITCM-Daten geändert. Und weil hier Code nicht nur Daten sind, sorry, ROM vorher waren nur Daten, aber hier ist jetzt Code diesmal, das heißt, dass wir mit dem gleichen XOR-Trick von vorher eigenen ITCM-Code hier injizieren können, und der wird geladen in den RAM, wenn das Gerät hootet. Und weil das eine dauerhafte Methode ist, können wir das Gerät neu starten, ohne den Debugger, und unseren eigenen Code hier einladen, und das kann dann tatsächlich den Flash lesen. Wir können also jetzt Code schreiben, der von der Firmware irgendwie aufgerufen wird, und den internen Flash in den RAM liest, von wo wir es dann wieder auslesen können, mit dem Debugger. Das Problem jetzt ist, dass wenn wir so eine custom oder selbstgeschriebene Payload haben, dann wissen wir nicht genau, welche Adressen dieses Codes ausgeführt werden. Wir wissen nicht, ob die Firmware hier ganz am Anfang anfängt, oder in der Mitte, aber es gibt einen ganz eigenen Trick, um das immer noch funktionieren zu lassen, und das heißt NOB Slide, also No Operation. Das ist eine Instruktion, die einfach nichts tut. Und wenn wir fast alles von diesem RAM mit nichts füllen, mit keiner Instruktion, dann kriegen wir eine sogenannte NOB Slide. Das heißt, Mario geht durch ein Alle durch, geht Knop, Knop, Knop und rutscht dann in den Payload herein und führt ihn aus. Das heißt, selbst wenn Mario irgendwo in die Mitte in die NOBs reinspringt, wird er am Ende immer bei der Payload ankommen, also die Slide runterrutscht. Und Konrad hat hier diesen super, super einfachen Payload geschrieben. Das heißt, einfach 10 Instruktionen, einfach nur den gesamten Speicher einen drin kopiert, wo wir uns dann über den Debugger holen können. Oho, das ist einfach praktisch. Wir haben einen super einfachen Exploit. Wir haben ein vollständiges Backup der Firmware, ein vollständiges Backup des Strafs. Das heißt, ihr könnt jetzt machen und ich habe ein paar Tools herausgegeben, wie ihr das selber machen könnt. Ihr könnt also einfach auf ein Gitter gehen und dort das Game & Watch Backup Repositorio euch runterladen. Das sind Informationen, wie ihr das Backup machen könnt. Ihr könnt Checksum machen. Ihr könnt darauf achten, dass es nicht einfach euer Gerät bringt. Ihr könnt eure ursprüngliche Firma backupen und ihr könnt immer zum Original zurückgehen. Außerdem haben wir eine tolle Support-Community auf Discord und Slack. Wenn ihr immer Hilfe braucht, dann meldet euch bei uns. Da findet ihr diese wirklich gute Möglichkeiten. Soweit hatten wir keine einzige geprägte Game & Watch. Das heißt, es scheint recht stabil zu sein. Da war ich dann echt glücklich und der Quest war vorbei. Oder war es wirklich? Wenn ihr jemand auf dem Internet angebt, dass ihr tatsächlich ein Weltgeweis gehackt habt, dann wird es immer genau eine Antwort geben. Und das ist, läuft Doom drauf. Das war auf meinen Twitter-DM's und auf YouTube bei meinen Kommentaren. Und auch meine Freunde haben mich alle zugespampt. Macht doch Doom da drauf. Aber um Doom-Dum laufen zu bringen, müssen wir jetzt erst mal und die ganze Hardware verstehen. Wir müssen also eine Möglichkeit, um wirklich Homebrew auf das Gerät zu packen. Und zum Glück waren die meisten Komponenten im Board sehr gut dokumentiert. Das heißt, da ist jetzt kein NDA-Komponenten. Das heißt, zum Beispiel der Prozessor hat ein offenes Referenzmanual. Der Flash ist ein gut bekannter Flash-Chip und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt nur ein paar wenige proprietäre Komponenten, zum Beispiel das LCD auf dem Gerät ist proprietär und wir mussten uns ein bisschen das Sniffing, den Port angucken, um zu schauen, wo die einzelnen Initialisierungsroutinen für dieses Display liefen und so weiter. Aber im Grunde hatten wir einen vollständigen Hardware-Support. Wir hatten LCD-Support, Audio-Support, Knöpfe und Flashy-Tools, die ganz einfach über ein LCD-Debugger dann die Flash-Speicher beschreiben können. Und diese Dinge findet ihr alle bei uns im GitHub. Wenn ihr jetzt euer eigenes Game-Flash-Beschreibwort braucht, wenn wir einen Divendator, wie zum Beispiel ein 3-Dollar-ST-Link oder ein J-Link, dann könnt ihr einfach loslegen. Außerdem haben wir ein Buzz-Projekt, und es macht für jemanden, der eigene Projekte für den Game-Flash-Beschreibung und es ist wirklich einfach. Es ist einfach ein Frame-Buffer, auf den ihr machen könnt. Und dann zusammen, wir haben eine sehr gute Community. Jetzt läuft die ganze Hardware und jetzt konnte ich endlich anfangen, Doom zu portieren. Ich habe angefangen mit anderen Ports von Doom für den STM angeguckt. Dann fand ich das Projekt namens 5-Blockes, STM-32-DOOM und das ist gedacht für ein Board mit 8 MB Speicher und die Daten und Dateien waren auf einem externen USB. Auf unserer Plattform haben wir nur 1,3 MB RAM, 128 GB Flash und 1 MB externe Flash. Wir müssen das gesamte Level, den gesamten Code usw. draufpacken. Die Doom-Level die finden sich in WAD-Dateien. What? Where is all my data? Files. Wo sind meine ganzen Daten? Diese Daten enthalten die Spites, die Texturen, die Level. Das heißt, für Doom 1 ist es 4 MB und für Doom 2 ist die Datei 14 MB groß. Aber wir haben nur 1,1 MB Speicher. Wie machen wir das? Und wir müssen den ganzen Code auch noch dazu packen. Das heißt, wir müssen eine sehr, sehr kleine Möglichkeit finden. Und wir haben ausgedrungen, es gibt ein Format namens MiniWard und das hat alle speziellen Möglichkeiten für dieses System. Und es sieht zwar nicht gut aus, aber ich war relativ sicher, dass wir da eine Möglichkeit finden konnten. 150 KB und wir konnten es auf 14 MB runterpacken. Also zusätzlich gab es eine Menge Möglichkeiten, die in Doomport, die wir ändern müssten, wie zum Beispiel, musste ich alle Filehandling, Sachen umbauen, eigene einbauen. Ich hatte Game & Watch, LCD, also für den Bildschirm und für die Knöpfe Support machen. Und ich musste auch ein paar Sachen wegmachen, wie zum Beispiel den Sound und den Wipe-Effekt musste ich wegpacken. Und als das Sound weg war, hatten wir noch ein Problem. Und zwar, als es kompilierte, passte es trotzdem noch nicht in den Speicher und wurde trotzdem gemischt. Auf dem Gerät haben wir 1,3 MB an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel nur der Frame-Buffer, den wir hierfür brauchen, braucht schon 154 KB. Wir haben 160 KB Initialisierungsdaten, 320 KB potenzialisierte Daten und ganz, ganz viele dynamische Zuweisungen, die alle und die sind ein großes Problem, denn der Chocolate-Doom-Source-Code macht ein paar kleine Allokationen, die nur für kurze temporäre Daten werden und die werden später wieder befreit. Und das heißt, der dynamische Speicher wird sehr, sehr, sehr fragmentiert, sehr, sehr schnell. Das heißt, am Ende haben wir einfach nicht genug Platz, um ein paar Sachen zu initialisieren, wie zum Beispiel das ganze Level. Um das zu lösen, habe ich den Chocolate-Doom-Code genommen und habe vieles von dynamischen Allokationen gelöscht und statistisch statische Allokationen gemacht. Und das hat uns auch geholfen, die viele Meldungen vom Compiler einfach deutlich praktisch machen, weil der Compiler dann sagen würde, Achtung, diese Daten passen nicht in den RAM rein. Und nach viel Trial and Error und um so viele Assets zu kopieren, wie es möglich war, um in die Fireboard zu packen, hatte ich Doom am Laufen auf dem Nintendo Game & Watch Super Mario Bros. und die Internet-Götter konnten mit helfen. Und dieser Port ist jetzt nicht an den Prozesse gebunden. Also es wird jetzt leider nicht möglich sein, das Gerät zu hacken, indem man einen Computer einsteckt, aber man kann diese Geräte hier nutzen. Jetzt der wichtigste oder am häufigsten nachgefragt Art von Homebrew-Software sind Emulatoren. Und da gibt es schon eine ziemlich große Sammlung an Emulatoren und das hat alles mit diesem Retro Go Projekt angefangen. Und das ist Software für ein Gerät namens Odroid Go und das ist jetzt ein Gerät mit ähnlichen Beschränkungen wie die Watch & Game und das heißt, dass die ganze harte Arbeit eigentlich schon gemacht wurde. Retro Go kommt jetzt schon geliefert mit Emulatoren für den Game Boy, Game Boy Color und sogar für den Sega Master System und Game Gear und nach ein paar Tagen hatte Konrad schon dieses diese Demo fertig, dass Game & Watch hier Spiele wie Zelda und so weiter abspielen kann und das ist schon sehr, sehr cool. Und jetzt anfangs hatten wir Probleme mit V-Sync, Scaling, also anfangs, aber jetzt nach ein paar Wochen ist es wirklich ein schönes Gerät und es macht viel Spaß. Wir haben einen Game Boy Emulator. Hier kann man jetzt die besten Game Boy-Spiele Spielen, zum Beispiel Pokémon, Super Mario Games auf dem Nintendo Game & Watch wenn man die entsprechenden Game Backups hat natürlich und ja, wir wollen das natürlich das Beste aus dem Bildschirm holen und da kann man sehr viel ändern, man kann die Farbpalette anpassen und wir haben auch ein schönes Menü, um die Spiele auszuwählen, das erlaubt ist, dass man mehrere Roms auf dem Gerät hat, zwischen den man hin und her schalten kann. Wir unterstützen Speicherstände, also wenn man das Gerät ausschaltet, dann hat man einen Speicherstand und kann zurückkommen an die Stelle, wo man vorher war. Der Sourcecode, also die Quelltext für alles, ist hier auf dem GitHub-Account von Conrad und ist wirklich großartig. Andere Leute haben jetzt Sachen gebaut, wie zum Beispiel das Chip-8-System und dieser Emulator kommt mit einer schönen Sammlung an kleinen Arcade Games und es wirklich macht Spaß und es ist einfach hierfür zu entwickeln und wenn ihr so ein Game & Watch habt und das ausprobieren wollt, macht es, es macht wirklich Spaß und hier ist auch Arbeit an dem Emulator für den ursprünglichen Game & Watch Spiele also ihr könnt dann jetzt hier auf dem neuen Game & Watch alle ursprünglichen Game & Watch Spiele spielen, das ist ein cooles Projekt und was ich wirklich toll finde ist wie die Community zusammengekommen ist wir haben unseren Fortschritt auf Twitter gepackt und Konrad hat sehr viel auf Twitch gestreamt wir haben ein Discord aufgemacht wo Leute dazukommen konnten die sich dafür interessieren und es war einfach toll zu sehen was die Community alles geliefert hat zum Beispiel haben wir jetzt ein funktionierendes Storage Upgrade das mit sowohl Homebrew als auch dem Original funktioniert und statt 1 Megabyte könnt ihr jetzt 16 Megabyte Flash Speicher haben indem ihr einfach nur einen Chip austauscht und das ist relativ einfach zu machen dann haben Daniel Cuthbert und Daniel Padilla hochauflösende Röntgenbilder zur Verfügung gestellt und damit verstehen wir jetzt viel besser wie die Hardware aufgebaut ist ohne irgendetwas abzulöten dann haben wir hier schöne Schaltbilder und er hat alle Verbindungen nachgemessen und ja es ist einfach sehr viel Spaß Sander Vanderwil zum Beispiel hat eine eigene Rückenplatte erstellt und es gibt jetzt sogar Projekte die Platine auszutauschen und den Prozessor mit einem ESP32 oder ähnlichen ähnlicher Hardware auszustatten und ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht und wenn ihr mitmachen wollt dann macht gerne mit vielen Dank dass ihr hier hier wart und zugehört habt ja wow das war ein sehr beeindruckender Vortrag wie am Anfang schon bekannt gegeben wir nehmen Fragen entgegen und wir haben einige Fragen jetzt werden wir uns Mühe gegeben dass wir alles schaffen die erste Frage ist hast du die Artikel gelesen dass Nintendo Hacker überwachen lässt und hast du die Sorgen deswegen oh Luigi hat wohl mit meiner Kamera rumgespielt naja also ich habe diese Artikel gelesen aber ich denke dass in dem Fall es keine Probleme mit Paraterie gibt weil ich niemandem die Möglichkeit gebe neue Spiele zu spielen also diese Spiele sind 30 Jahre alt und ja also es gab sehr viele Möglichkeiten diese Spiele zu stehlen in Anführungszeichen also mache ich da keine Sorgen aber die Frage ja das beantwortet du die Frage ganz gut so nächste Frage denkst du es gibt einen Grund warum ein externer Flashchip hier verwendet wurde ja ja ich denke dass der externe Flash dass der Flash des Prozessors sehr klein ist und da haben sie einfach nicht alles unterbekommen nur der Frame Buffer für die Bilder ist größer als der interne Flash Speicher und das ist wohl der Grund dass sie es gemacht haben und ich bin sehr froh dass sie es gemacht haben ja ist die Entschlüsselung in Software oder ist es in den Microcontroller eingebaut der Microcontroller hat ein eigengebautes Feature und der Flash ist direkt gemappt in den internen Speicher und das unterstützt auch die Entschlüsselung also das ist alles in Hardware man kann sogar die Schlüssel aus der Hardware auslesen so nächste Frage hängt damit auch ein bisschen zusammen in deiner Meinung ist diese die Verschlüsselung ist überhaupt wert dass sie es gemacht haben es fühlt sich so an als wäre das nur für die Shareholder für das Management dass die sich sicherer fühlen also ich finde sie haben genau die richtige Verschlüsselung genommen weil es sehr viel Spaß war das zu entschlüsseln und damit zu arbeiten also aus meiner Sicht haben sie alles richtig gemacht aber ich denke auch dass es so ein einfaches Gerät ist und wenn man sich das mal anschaut und sieht was die Leute darauf aufbauen und daraus machen ja ich denke sie haben alles richtig gemacht aber wahrscheinlich war das einfach nur eine Liste also ein weiterer Haken auf der Liste was zu tun ist und ich denke wirklich nicht dass hier Piraterie ein Thema ist das nächste hat mit der Nop Slide zu tun oder der Nop Rampe was sehr schön animiert war würden Starts von Subroutinen da nicht auch funktionieren die Person die es fragt sagt dass ein großer Push von R4 oder R5 Instruktionen sehr leicht zu erkennen sind wie ist das damit ja absolut die Zeit zwischen Finden der Daten und es zu exploiten war weniger als eine Stunde also wenn wir das jetzt uns genauer angeschaut hätten wäre das mehr Arbeit gewesen nicht besonders schwer aber es einfach mit einer Nop Slide zu machen hat nur ein paar Minuten gedauert und das ist meistens der einfachste und schnellste Weg um das herauszufinden so und jetzt mehr eine Anmerkung als eine Frage die Frage sagt ja es ist seltsam dass dieser Prozessor dass es mehr eine Sache des Prozessors ist dass die Daten nach der Entschlüsselung nicht verifiziert werden ja ich würde hier zustimmen denn selbst wenn man JTAG nicht hat die Instruktion ist 2 bis 4 Byte also man hat sehr wenig Möglichkeiten auszuprobieren um die Instruktion herauszufinden und das ist sehr teuer von den Befehlen her für den Prozessor und das ist daher schwierig das zu machen wir haben noch zwei weitere Fragen und dann geht es zurück ins Studio es gab eine Frage über die ES-Verschlüsselung hast du herausgefunden wie der genau lautet ja das haben wir es gibt eine Ex-Application von ST die die Schlüssel ein bisschen durchwürfelt aber ungefähr eine Stunde vor dem Talk hat eine Person auf unserem Discord Channel die gesamte Verschlüsselung zurückzubauen ich persönlich war da nicht so interessiert nachdem man zu RDP SEO downgraded hat kann man einfach den Speicher darauf zugreifen und dann kriegt man das Ganze unentschlüsselt Dankeschön und eine letzte Frage über den SCT-Controller schreibt der Pixel über SPI oder hat er ein paar extra Features wie Hintergrund und Sprite und so weiter also der SCT-Controller selbst hatte nicht solche Features weil es halt ein SPI was um das zu konfigurieren und der Mac-Speicherer-Water-Chip selbst hat something das nennt sich RT-C nennt das ist ein Steering-Controller der zwei Layer benutzt mit Alpha-Blending alles klar gut vielen, vielen Dank für den tollen Talk und das tolle Intro und damit zurück zum Hauptstudio im Orbit vielen Dank zum Orbit und damit zurück zum Hauptstudio im 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 Orbit